Beim Spiel des DC Salzburg-Igels gegen die Spielgemeinschaft Kitzpel-Kofstein zunächst einmal die Salzburgerinnen am Puck, verlieren ihn in der eigenen Verteidigungszone, schießen ihn raus und können sich zunächst befreien. Spielstand 0 zu 0. Dann wieder die Salzburgerinnen hinter dem eigenen Tor, Pass. Aber der Puck geht am Tor vorbei und es bleibt beim Torlosen 0 zu 0 unentschieden. Spannend ist es auf jeden Fall. Jetzt wieder Kontermöglichkeit. Die Salzburgerinnen versuchen es über die linke Seite, können einen Schuss anbringen, scheitern zunächst, aber der Nachschuss geht ins Tor. 1 zu 0 für die Igels, die damit auch in dieser Phase durchaus verdient in Führung gehen. Dann wieder die Tirolerinnen. Neuer Versuch. Pass, Schuss und Torausgleich zum 1 zu 1. Keine Chance für Sandra Schäuble im Tor der Gastgeberinnen da irgendetwas zu machen. Und eine erneute Kontermöglichkeit für die Tirolerinnen. Schuss, aber dieses Mal hat Sandra Schäuble sehr gut aufgepasst und der Spielstand nach 20 Minuten lautet 1 zu 1 unentschieden. Dann das zweite Drittel. Die Salzburgerinnen sind im eigenen Verteidigungstrittel zu finden. Gute Aktion. Kämpfen hier sehr gut. Und der Puck geht nicht wirklich ins Tor. Jetzt wieder die Tirolerinnen. Immer noch die Tirolerinnen am Puck und Tor. 2 zu 1 für die Tirolerinnen, die damit in Führung gehen und das Spiel auf 2 zu 1 umdrehen. Nachschuss. Tor, aber das Tor zählt nicht. Warum entzieht sich? Aber meine Erkenntnis. Dann wieder die Salzburgerinnen. Immer noch die Salzburgerinnen am Puck bringen ihn zunächst aus der Gefahrenzone. Schuss und abgewehrt, wir befinden uns im Schlosstrittel. Das Spiel bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist übrigens die Dorfrau Sandra Schäuble, die an diesem Abend im Tor der Salzburgerinnen stand. Jetzt wieder die Salzburgerinnen. Wir befinden uns im Schlosstrittel. Schuss und Tor. 3 zu 2. Der Spielstand nach 40 Minuten lautete ja 2 zu 2. Und die Tirolerinnen gehen sogar in Führung. Wieder die Tirolerinnen. Der Puck geht am Tor vorbei. Neuer Versuch. Und die Salzburgerinnen können sich befreien. Jetzt wieder die Tirolerinnen. Danken sich durch. Schuss und der Puck geht zwischen. Der Torstange und Sandor Schäuble ins Tor. 4 zu 2 in dieser Begegnung. Aber die Salzburgerinnen stecken nicht auf. Pass. Immer noch die Salzburgerinnen schuss. Abgewehrt und der Nachschuss ist drinnen. Aber es ändert sich nichts daran. Die Gäste gewinnen mit 4 zu 3 in dieser spannenden Begegnung.